Kontext 21 Antimilitarismus heute und der Krieg von morgen Eine Sendung von Stefan Kriegert und Robert Zöchling Mit dem Kosovo-Krieg ist nicht nur die Militärstrategie der NATO im Allgemeinen in eine neue Phase eingetreten, sondern auch der deutsche Militarismus im Besonderen. Erstmals seit 1945 sind deutsche Soldaten an einem Kampfeinsatz beteiligt. Zum dritten Mal in diesem Jahrhundert führt Deutschland einen Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Über den Stand der antimilitaristischen Sache in der BRD zehn Jahre nach der Wiedervereinigung und vor dem Hintergrund der Bombardierung Jugoslawiens, über aktuelle Entwicklungen innerhalb des Militärs, sowie über Kriege der Zukunft, Menschenrechte und Rohstoffe sprachen wir mit Christian Herz. Christian Herz ist Totalverweigerer und Mitbegründer der Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär in Berlin. Internationale Aufmerksamkeit erregte die Kampagne zuletzt durch die von ihr mitorganisierten Störaktionen beim öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr am 20. Juli, dem Gedenktag für die deutschnationalen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Seit zehn Jahren ist die Kampagne eine der wichtigsten antimilitaristischen Organisationen in Berlin, wo bis zur deutschen Wiedervereinigung aufgrund des alliierten Besatzungsstatus keine Wehrpflicht herrschte. Die Kampagne hoffte, die damalige Umbruchssituation für eine weitgehende Entmilitarisierung Berlins und im weiteren Deutschlands nutzen zu können. Begonnen hat die ganze Arbeit, seit 1989, als klar war, dass die Auflösung des Ost-West-Konfliktes dazu führen würde, die Wehrpflicht und auch die militärischen Strukturen nach Berlin und damit West-Berlin und die neuen Bundesländer auszudehnen. Im Rahmen der Vereinigungsdiskussionen und Debatten, wo ja auch durchaus diskutiert wurde, die Wehrpflicht abzuschaffen, haben wir uns überlegt, dass eine starke Gruppe entstehen muss, die die bisherigen Strukturen überwindet und in der Lage ist, nicht nur lobbyistenmäßig aufzutreten, sondern auch aktionistisch und auch mit Vorschlägen, die ein neues Sicherheitskonzept beinhalten, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben deswegen ein breites Bündnis gegründet, sind dann allerdings in der politischen Entwicklung etwas überrascht worden von der schnellen Aufgabe Russlands gegenüber der Abschaffungsforderung beziehungsweise der Nicht-Ausdehnungsforderung. Es gab ja damals die Debatten um die Wirtschaftsbeihilfe für Russland und nachdem klar war, dass für die Wirtschaftsbeihilfe die harte Forderung NATO-Ausdehnung auf keinen Fall, Wehrpflicht-Ausdehnung ebenfalls nicht. Nachdem das fallen gelassen wurde, war klar, man wird es auf eine langfristige Auseinandersetzung ankommen lassen müssen. Und die Chance, die Wehrpflicht schnell abzuschaffen, bestand zwei Jahre nach der Wiedervereinigung und danach war es im Grunde genommen so angelegt, dass es einen langfristigen Kampf geben musste um die Abschaffung. Und wir haben deswegen gesagt, wir müssen versuchen, ein möglichst breites Bündnis hinzubekommen, was uns im Nachhinein nicht ganz gelungen ist, weil sich manche gesellschaftliche Kreise, wie zum Beispiel die Kirchen, von einem offensiven Antimeditarismus nicht angezogen fühlen. Die Einschätzung, dass die Wiedervereinigung eine reale Chance zur Abschaffung der Wehrpflicht eröffnet habe, wurde bereits damals von vielen in Zweifel gezogen. Christian Herz hält aber dennoch an seiner Einschätzung fest. Das lässt sich auch gut nachweisen. Es gab zum Beispiel den Genscher-Plan, der in den Verhandlungen eine sehr erhebliche Rolle gespielt hat. Es war klar, dass die Sowjetunion auf keinen Fall einer normalen Vereinigung mit militärischer Ausdehnung zustimmen würde. Und wenn so etwas wie eine Wiedervereinigung von einem ehemaligen Kriegsgegner ansteht, politisch, dann wird natürlich auch diskutiert, zumal das alles noch Kriegsteilnehmer waren, die da verhandelt haben. Und die sowjetischen Verhandlungspartner waren von Anfang an davon überzeugt, dass sie die militärischen Strukturen im Falle einer Wiedervereinigung schwächen müssen. Gleichzeitig ist aber durch die Auflösung des Ost-West-Gegensatzes die wirtschaftliche Situation so katastrophal schlecht geworden, dass sie sich in der Zwickmühle befunden haben, bleiben wir hart im militärischen Bereich, werden wir wirtschaftlich geschwächt, oder aber kriegen wir wirtschaftliche Unterstützung, dann müssen wir auch nachgehen. Und das kann man in den Memoiren zum Beispiel bei Genscher nachlesen, das kann man auch bei den sowjetischen Verhandlungspartnern nachlesen. Es gibt auch Protokolle dazu, es gab in den Vereinigungsverhandlungsprotokollen Unterlagen, die darauf schließen lassen, wie genau das hätte damals passieren können. Und wenn man dann noch die politische Gesamtsituation dazu berücksichtigt, die es damals gegeben hat, auch so eine Aufbruchsstimmung, wir schaffen vielleicht aus den zwei Systemen ein sogenanntes drittes, den besseren Weg. Wenn man das noch als Kraft potenzieren hätte können, dann wäre es mit Sicherheit gelungen und mehr gewesen als nur eine optimistische Grundannahme. und mehr basin XV. Und jetzt haben wir uns so darauf eingestellt, auf eine lange Auseinandersetzung mit dem Ziel, dass wir nicht nur auf die Moral bauen, weil da werden wir über einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung nie hinauskommen, aber im wirtschaftlichen Bereich schon. Und wenn wir jetzt aufzeigen können, und da sind wir gerade dabei, immer mehr die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten und die wirtschaftlichen Kosten der Wehrpflicht zu dokumentieren, was mittlerweile auch schon dazu geführt hat, dass die Bundeswehr selbst in ihren Kostenberechnungen den Posten Vermeidungskosten aufgenommen hat. Und unter Vermeidungskosten ist all das zu verstehen, was die Wehrpflichtigen an Energie aufbringen, auch finanzielle Energie, um sich der Wehrpflicht zu entziehen. Und da ist es ja mittlerweile gelungen, dass die Opportunisten das entscheidende Potenzial bilden, denn es gibt mittlerweile nur noch ein Drittel mit fallender Tendenz, das selber zur Armee geht. Wenn es uns gelingt, die Opportunisten zu uns rüberzuziehen, aufgrund von ihren wirtschaftlichen Überlegungen beispielsweise nicht zu dienen, dann ist die Bundeswehr nicht mehr in der Lage, bei fallenden Geburtenzahlen ihren Bedarf zu decken. Und dann haben wir auch was erreicht, was wir erreichen wollen, und zwar in größerem Maße als jetzt, denn schon jetzt ist es nicht mehr möglich, intelligente Soldaten in ausreichendem Maße zu finden. Es gab ja auch teilweise Jahrgänge, die bis zu 50 Prozent sich auch gewehrt haben und auch intensiv gewehrt haben. Aber es ist nicht gelungen, die extrem gestiegene Anzahl der Kriegsdienstverweigerer politisch zu kanalisieren und zu einer machtvollen Organisation umzubauen. Das ist nicht gelungen. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass die Kohl-Regierung es geschafft hat, den Jugendlichen einzuimpfen, schnell Karriere machen, schnell studieren. Und mit diesem Problem sind wir konfrontiert gewesen. Das ist also ganz eindeutig. Die gesellschaftliche Entwicklung geht in Richtung immer mehr Eigenverwirklichung und weniger sich für gesellschaftliche Ziele, Grundsatzziele auch einzusetzen. Mit der Folge, dass dann diese Leute auch sehr schwer zu binden sind. Also man kann das auch an Beispiel sehr deutlich machen. Die Kriegsdienstverweigerungszahlen haben sich im Laufe der Kohl-Regierung verdreifacht. Aber die aktiven Anzahl, gesamt, hat sich um Faktor 10 minimiert. Und wenn man sich das anschaut, das ist natürlich eine bedrohliche Entwicklung. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die nicht hinwollen. Es gibt auch sehr viele Überzeugte, die auf keinen Fall Militärdienst machen würden, die aber nicht bereit sind, sich aktiv gegen die gesellschaftliche Grundströmung, die bei vielen Älteren vor allen Dingen vorhanden ist, das Militär offensiv zu stützen, wenden würde. Und das ist uns nicht gelungen. Und ich sehe auch nicht, dass es in der nächsten Zeit passieren wird. Die Jugendlichen heute interessieren sich eher für einen Aktienwert als für antimilitaristische Aktionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn man sich länger mit Militär auseinandersetzt und sich Gedanken darüber macht, warum es überhaupt Armeen gibt, kommt man zwangsläufig auf gesellschaftliche Strukturen zu sprechen. Also es ist völlig klar, dass das kapitalistische System dazu führt, dass beispielsweise der Export von Waffen zwingend dazugehört, sonst funktioniert das System nicht. Und wer sich gegen Militarismus wehrt, muss natürlich auch eine Kapitalismuskritik betreiben. Wir sind allerdings aufgrund unserer Orientierung nicht in der Lage, gesamtgesellschaftliche Grundsatzkritik hier auch noch mitzumachen. Wir haben das zwar sicherlich als geistiges Rüstzeug dabei und organisieren auch Veranstaltungen in der Richtung, aber wir können jetzt nicht auch den Bereich noch voll abdecken. Es gibt noch viele andere Bereiche, wenn man sich zum Beispiel den Umweltschutz anschaut. Umweltschutz und Antimilitarismus gehören ganz eng zueinander und auch da gibt es eigentlich nicht genügend Verzahnung zwischen den arbeitenden Gruppen. Kritik am Militär und Kritik am Kapital kann auch an einfachen Sachverhalten ansetzen. Unternehmen verkaufen nicht nur Waffensysteme, sondern auch die dazugehörigen Armeekonzepte. Innerhalb der Militärs und interessanterweise auch innerhalb der Rüstungsindustrie gibt es spannende Kämpfe. Beispielsweise eine Fabrik wie Heckler & Koch, die Maschinengewehre herstellt, hat natürlich ein vehementes Interesse an einer großen Armee. Das heißt, die braucht eine Wehrpflichtarmee. Die setzt auch alle ihre Lobbyisten in Bonn und anderswo und jetzt auch in Berlin dazu ein, genau diese Wehrpflichtarmee zu erhalten. Eurofighter-Hersteller hingegen, die wollen natürlich was ganz anderes. Die wollen die Hightech-Armee, die wollen eine kleine Armee, denn jeder Mann, der weniger in der Kaserne steht, ist schon wieder ein Rad oder irgendein Teil des Fliegers mehr. Und bei den Politikern ist es ähnlich. Und es kommt noch hinzu, dass auch sehr viele Militärs den Eindruck haben, sie könnten ihre Konzepte ein bisschen leichter durchsetzen, wenn die Wehrpflichtigen nicht als Behinderung da wären. Das ist auch das klassische Argument gegen die Abschaffung der Wehrpflichtigkeit, aber falsch, weil nämlich die Berufsarmee bei uns ohnehin existiert. Und wir haben eine extreme Spaltung, das ist auch im Rahmen der Wiedervereinigung gelaufen. Es gibt im Grunde zwei Klassen von Soldaten, die sogenannten Heimatverteidiger und die Krisenreaktionskräfte. Und die Heimatverteidiger werden klassisch ausgebildet zur Heimatverteidigung, sind im Grunde auch Soldaten zweiter Klasse, bekommen nicht mehr so eine harte Ausbildung, haben schlechtes Waffenmaterial und ähnliches mehr. Während die anderen kommen zum Volleinsatz. Denen wird auch beigebracht, das Leben ist durchaus in Gefahr, wenn ihr zum Einsatz kommt. Der Tod wird durchgesprochen, also es gibt auch völlig neue Konzepte innerhalb der Armee. und man setzt sich mit dem Tod auch intensiv auseinander, schafft Betreuungskonzepte, psychologische Unterstützung und ähnliches mehr. Es gibt Familienbetreuungszentren, psychologische Schulung, dann auch die Verbindung mit der Kirche. Der pastorale Einsatz an der Front wird alles wieder schon entsprechend geübt. Und genauso ist es bezüglich der Einsatzkonzepte. Die werden voll umgestellt. Und insofern wird diese Gruppierung, die sich sowieso schon anfängt zu isolieren innerhalb der Armee, immer mehr darauf hindrängen, dass dieses kasernierte Bewusstsein, auch dieses abgescholdete Bewusstsein in Richtung Berufsarmee weiter vorangetrieben wird. Während die anderen natürlich sagen, klassisch, wir brauchen auch die Verbindung zur Bevölkerung. Und die Wehrpflicht ist ja immer noch das Instrument, um zu rechtfertigen, dass es Armee auch gibt, als Beschützer des Volkes und ähnliches mehr. Und dieses ganze Demokratiegequatsche außenrum, was sowieso überhaupt nirgendwo eine geschichtliche, relevante Bestätigung finden würde, zeigt, wenn man sich das von der Analyse her genauer betrachtet, dass die Berufsarmee wahrscheinlich kommen wird in einer Form, die durchaus aber noch Wehrpflichtige mit beinhalten kann. Und wenn man die Abschaffung der Wehrpflicht fordert, dann muss man auch überlegen, welche Zusatzkonzepte gehören mit dazu. Und wir fordern ja nicht nur die Abschaffung der Wehrpflicht, sondern wir sagen, man muss also immer gleich mitberücksichtigen, dass die Armee insgesamt auch geschwächt werden muss. Und man muss den verbleibenden Anteil stärker kontrollieren als bisher. Die Kontrolle der Armee versucht die Kampagne mit ihren Mitteln schon heute partiell zu gewährleisten. Wir beobachten die Aktivitäten in den Kasernen, insbesondere bei den Krisenreaktionskräften, da ganz besonders die rechtsradikalen Strömungen. Wir werten die militärischen Schriften aus, um zu sehen, was die Militärs vorhaben und mischen uns, so gut wir das können, in die Debatte um gerade diese Kriseninterventionskrafteinsätze beziehungsweise dann die Erweiterung, die ständige Erweiterung des Einsatzrahmens der Bundeswehr. Und die Entwicklung, die geht rasant vor sich, ohne dass große Teile der Bevölkerung mitbekommen, welchen Wertewandel mittlerweile die Militärs erreicht haben und welchen sie noch vorhaben. Denn wir sind noch lange nicht in der Endphase der deutschen Einsatzbereitschaft von Militär. Und da wird noch in den nächsten Jahren einiges an Veränderung kommen, was wir mit großer Sorge beobachten, wo wir aber glauben, dass die gesellschaftlichen Kräfte nicht ausreichen werden, um massiv schnell Veränderungen herbeizuführen. Im Kosovo-Krieg hat man gesehen, was es heißt, wenn mit der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit neue militärische Einsätze begründet werden. Ein militärischer Einsatz deutscher Soldaten stellt immer auch eine spezifische, nämlich schlechte Form der Auseinandersetzung mit der deutschen Verfolgungs- und Vernichtungspraxis dar. Darin unterscheidet sich dieses Land von allen anderen kriegführenden NATO-Staaten. Also es ist natürlich besonders hinterhältig, wenn, wie von der Bundeswehr jetzt initiiert, am 20. Juli so ein Gelöbnis gelegt wird oder wenn man gerade die Interventionseinsätze mit dem Kampf für Menschenrechte gleichsetzt. Das sehen wir auch. Und da muss man auch massiv gegenhalten. Problem ist nur, dass in der Öffentlichkeit das oft auch verdrängt wird. Und gerade im Land von Auschwitz, im Land von Militarismus in fast höchster Perfektion, ist es absolut notwendig, sich über die Wurzeln ständig im Klaren zu sein. Die Bundeswehr ist nicht mehr diese Armee, ganz klar. Aber es gibt natürlich immer noch Traditionslinien innerhalb dieser Armee, die sich bewusst und auch offen zu den alten Strukturen bekämmen. Die Gleichsetzung, die auch Fischer immer wieder betrieben hat, die geschichtsverfälschend auch ist, dass man jetzt Einsätze machen muss im gleichen Namen und mit der gleichen Intention wie damals gegen das Dritte Reich. Das ist einfach eine Geschichtsverfälschung und politischer Opportunismus in potenzierter Form. Die Menschenrechte sind der jugoslawischen Bevölkerung wochenlang in Form von Bomben auf den Kopf gefallen. Von ihrem guten Ruf haben sie scheinbar trotzdem nichts verloren. Also ich bin sehr wohl der Meinung, dass Menschenrechte verteidigt werden müssen, aber nicht mit Waffengewalt, weil gerade die Waffengewaltanwendung dazu führt, dass Menschenrechte unterdrückt werden. Und wenn man den ganzen Kreislauf, der damit zusammenhängt, nicht durchschaut, dann kann man dieses Menschenrechtsproblem nicht lösen. Faire Handelsbedingungen fördern viel mehr die Menschenrechte als irgendein Waffeneinsatz an irgendeiner Stelle, der medial hochgepusht wurde. Es gibt zig Konflikte, wo die Bundesregierung entscheiden müsste, militärisch vorzugehen, wenn sie es wirklich ernst meinen würde. Und wenn es sozusagen den Weltpolizisten schlechthin gäbe, hätte der mindestens einem Viertel bis einem Drittel, wenn nicht sogar der Hälfte aller Staaten, regulativ einzugreifen. Und das wird aber nicht getan, aus verschiedenen Erwägungen, zum Teil auch, weil man zum Beispiel in China nicht einmarschieren kann, angesichts der Atombombe. Aber es wird als Mittel immer wieder verkauft. Und es lässt sich mittlerweile sehr gut, und da hat es eine entscheidende Wende seit dem Golfkrieg gegeben. Der Golfkrieg war der bestinszenierte Medienkrieg, den es je gegeben hat. Und seitdem ist es ihnen gelungen, durch Poolbildung auch die Medienlandschaft so zu beeinflussen, dass es wunderbar gelingt, auch Mehrheiten innerhalb einer Bevölkerung zu brechen. Und das ist eine neue Entwicklung. Denn wenn es gelingt, die Bevölkerung mit einer Mehrheitsposition gegen einen Krieg umzustimmen durch Medieneinsatz, dann bedeutet das auch, dass diese Bevölkerung auch zu anderen Mitteln missbraucht werden kann. Und das ist die Entwicklung, von der ich besonders viel Angst habe. Wenn du dir anschaust, was sich hier verändert hat. Deutschland beteiligt sich an Kriegen. Deutschland macht Interventionseinsätze. Deutschland schreibt offiziell seit 1992 über den Generalinspektor in Papiere rein, die jeder öffentlich bekommen kann. Zu den vitalen Interessen Deutschlands gehört die Rohstoffabsicherung. Und das geht hier durch. Und da musst du dich fragen, wie kann es möglich sein, dass ein Land, was 45 Jahre ganz klar erklärt hat, kein Militäreinsatz mehr. Das war Außenamtslinie. Außenministerium hat immer gesagt, wir machen das nicht. Und dann auf einmal wird es hier so rasant geändert. Da muss man sich dann schon fragen, was ist hier mit dem Antimetarismus los? Mit dem Antimetarismus. Musik Der Kosovo-Krieg hat in der internationalen Staatenkonkurrenz Verschiebungen gebracht und zugleich eine Ahnung davon vermittelt, wie Kriege der Zukunft aussehen könnten. Ich gehe eh davon aus, dass wir unter der Vorherrschaft von Amerikanern, Franzosen und den Deutschen eine ganz andere Weltordnung in den nächsten Jahren installiert bekommen. Es wird so sein, dass solche Einsätze viel stärkere Formen annehmen werden und es wird auch mittlerweile in jeder Armee eine Umstrukturierung vorgenommen im Hinblick auf Ressourcenabsicherung. Und das ist im Grunde, wenn man das betrachtet, gegenüber dem Kolonialismus keine Veränderung. Man sagt, man will Rohstoffe, also holt man sich die Rohstoffe. Wenn man sie nicht freiwillig bekommt oder über schlechte Handelsbedingungen erreichen kann, dann holt man sie mit Gewalt. Und das wird der Krieg der Zukunft sein. Und insofern kommt es schon darauf an, dass man diese Strukturen aufgreift und auch bekämpft, wobei es den Militärs gelungen ist, innerhalb der Bevölkerung, auch gerade in linken Kreisen, eine gewisse Zustimmung für ihr Einsatzverhalten, wenn es medial entsprechend aufgearbeitet wird, zu bekommen. Und solche Einsätze dienen natürlich dazu, die Opposition zu trennen, zu spalten und auch zu schwächen. Und wenn man sich die Funktion der Grünen anschaut, ist das das Paradebeispiel schlechthin. Früher geschlossen gegen Militär, heute mehrheitlich, insbesondere regierungsmehrheitlich, für Militäreinsätze unter bestimmten Voraussetzungen. Und jetzt werden sie plötzlich, obwohl keine Ahnung von Militär, zu glühenden Verfechtern von Militär einsetzen und machen sich Gedanken über das Image der Bundeswehr und sprechen kaum noch mit ihren ehemaligen Bündnispartnern von früher. Und das ist eine bedrohliche Entwicklung, die die Sache sehr gefährlich macht, weil sie perfide vorbereitet wird. Und das ist eine Veränderung gegenüber früher. Man geht nicht mehr mit plumpem Militarismus vor, sondern bringt den modernen Militarismus über Menschenrechtskomponenten und Ähnliches an den Mann und an die Frau. Und bei der Frau findet ja auch eine völlig abstrakte Diskussion jetzt über den Einsatz der Frau in der Bundeswehr statt. Und damit die Emanzipationsschiene. Und damit wird wiederum ein Teil rausgebrochen aus dem Widerstandspotenzial, weil manche Frauen nicht kapieren, dass zu Militärvergewaltigung und Frauenerniedrigung zwangsweise dazugehört. Und welche Frau glaubt, Emanzipation über das Militär erreichen zu können, die hat sich gewaltig. Unter den Kriegsgegnern und Gegnerinnen herrscht weitgehende Ratlosigkeit darüber, was die USA, Deutschland und die anderen NATO-Staaten eigentlich gegen Jugoslawien haben, welche politischen und wirtschaftlichen Interessen zum Krieg geführt haben oder ob die Kategorie Interesse zur Erklärung von Kriegen am Ende des 20. Jahrhunderts überhaupt noch taugt. Es geht aber letztlich auch um Einfluss für ihre Sicherung. Und es war klar, dass man damit weiterhin die Sowjetunion schwächen wollte. Man wollte den Ostblock auch weiterhin verkleinern, denn er würde als Wirtschaftsraum durchaus eine Gefahr darstellen, wenn er florieren würde. Und es gibt auch zwar jetzt keinen direkten Zugriff auf Rohstoffe, aber langfristige Durchlieferungsabkommen, die für sie durchaus interessant sind. Und außerdem ist es immer ideal, wenn man nicht gleich mit dem schlimmsten und offensichtlichsten Fall anfängt, sondern mit einem Grenzfall. Und Jugoslawien ist ein Grenzfall. Und insofern auch ein ideal gewähltes Beispiel, wenn man es mal ganz kalkuliert betrachtet. Also die Ressourcen werden knapper werden. Und wir haben im Moment noch die Zugriffsmöglichkeit aufgrund der Handelsbedingungen. Und wenn das nicht reicht, kann man auch mit militärischem Druck schon nacharbeiten. Aber das ist immer noch in einer gewissen Überflusssituation. Und was aber in Zukunft kommen wird, ist weniger der Krieg der Ideologie, als vielmehr der nackte Überlebenskampf, weil die Ressourcen knapper werden, auch aufgrund der Umweltverschmutzung. Also so ein Gut wie beispielsweise Wasser wird extrem umstritten werden. Das fängt also in den Periphergebieten sicherlich ganz anders, wenn man es von uns aus betrachtet, ganz anders an noch zu wirken als bei uns. Das wird hier später stattfinden, aber es wird kommen. Und das wird so laufen, dass zum Beispiel in Afrika einige Nationen übereinander herfallen werden, um Wasserzuleitungen umzuleiten beispielsweise. Und da wird dann auch schon die Frage sein, wie verhält sich dann zum Beispiel Europa oder Amerika? Und wie wird es dann vor allen Dingen sein, wenn auch hier die Wasserqualität absinkt? Und da kann ich mir also schon vorstellen, wie das abläuft. Wenn es an elementare Grundversorgungsressourcen geht, dann wird Eisenhard die Axt ausgepackt. Mit Christian Herz sprachen Stefan Grigert und Robert Zöchling. Musik, sogenanntes linksradikales Blasorchester. Ausschnitte aus den Stücken Präludium und Trotz alledem. Eine gedruckte Fassung des Gesprächs ist in Heft 3 1999 von Kontext 21 veröffentlicht. Der Volltext befindet sich in der Internet-Ausgabe unseres Mediums. Ein Probeab oder Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3A-1-4-59 A1010 Wien. Die Internet-Ausgabe von Kontext 21 befindet sich an der Adresse Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI. Text im Auftrag von Funk Also Camera auf dem Auftrag von Funk